Da mich jetzt sehr viele von euch gefragt haben, ob ich selbst bei Trads schon angemeldet bin, nein, bin ich nicht, aber ich möchte euch kurz erklären, was das Ganze ist und warum wir uns alle noch gar nicht daran anmelden können. Trads ist nichts anderes als die Alternative zu Twitter. Mark Zuckerberg möchte also versuchen, hier gegen Twitter einen Konkurrenten anzubieten und er hat inzwischen immerhin schon über 10 Millionen User generiert, also schon eine ordentliche Anzahl an Nutzerinnen, die das Ganze schon bedienen. In Trads hast du die Möglichkeit, mit einem Thema oder einer Frage etwas aufzumachen und andere User, Userinnen können darauf reagieren und antworten. Trads heißt übersetzt aus dem Englischen nichts anderes als Faden oder Leitfaden, wenn man so möchte. Das heißt, die Posts sind dementsprechend auch hierarchisch, chronologisch geordnet. Du wirst quasi von oben nach unten alles nachlesen können, so wie geantwortet und gepostet wurde. Du musst, um Trads nutzen zu können, natürlich angemeldet sein und das Ganze soll kostenlos bleiben. Um mitdiskutieren und mitschreiben zu können, musst du dich natürlich an die Regeln von Trads halten. Hältst du dich nicht an die Regeln, kannst du von den Moderatoren auch ausgeschlossen werden, das solltest du wissen. Wichtige Trads kannst du auch noch anpinnen, wenn du Moderator bist, um sozusagen die Wichtigkeit nochmal oben festzuhalten. Und der Trad besteht aus mehreren Posts, das heißt mehreren Meinungen und mehreren Antworten der User und Userinnen, die darauf reagiert haben. Und du kannst das Ganze auch noch mit verschiedenen Moderatoren hinterlegen, die dementsprechend auch farblich gekennzeichnet sind. Warum gibt es Trads bei uns in Europa noch nicht? Besonders in Europa gibt es aber sehr viel Kritik am Konzern Meta, und zwar was die Datenschutzrichtlinien angeht. Erst diese Woche hat das Europäische Gerichtshof dem Bundeskartellamt grünes Licht gegeben, um Meta für eben die Zusammenführung der personenbezogenen Daten zu belangen. Das heißt also, Meta möchte sich in Zukunft erst einmal absichern, um wirklich kein EU-Recht zu brechen, wenn denn Trads veröffentlicht wird. Das heißt, es wird noch ein bisschen dauern, bis wir das Ganze nutzen dürfen. Bis dahin gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, sich trotzdem anzumelden, aber offiziell für uns in Deutschland Lebende wird es erst einmal dauern, und wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Mich würde interessieren, ob du dich bei Trads schon angemeldet hast, über irgendeinen Weg, der eben funktioniert, oder ob du es vorhast, schreib mir das gerne hier in die Kommentare, das würde mich auf jeden Fall interessieren. Also, wenn du dich bei Trads schon angemeldet hast,